Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Entsuchen Sie ihn! Ich will Fägelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden! Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, meine Damen. Entsuchen Sie ihn! Wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, werden wir kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über drei Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Befehl. Aber wir müssen noch da eisgleichen. Aber wir müssen noch da eisgleichen. Aber wir müssen noch da eisgleichen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020